Leute, willkommen zu dem wahrscheinlich peinlichsten und unangenehmsten Video, was ich jemals hier auf YouTube hochladen werde. Und zwar muss ich heute ein Minecraft-Video als der typische Noob aufnehmen. Und das alles nur, weil ich vorgestern den YouTuber vs. Zuschauer verloren habe. Ja, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Freunde, dafür gerne schon mal einen sogenannten Mitleids-Like dalassen. Denn das Ganze wird ziemlich schrecklich. Und zwar muss ich ja jetzt, ich muss dieser Noob aus den 5 Arten-Videos sein für ein ganzes Video. Und nochmal viel schlimmer, von dieser Brille hier, Leute, kriege ich Augenschmerzen. Ja, das heißt, ich werde jetzt, weiß ich nicht wie lange, ich opfer hier mein Augenlicht. Nur für euch. Also dafür gerne, wie gesagt, ein Mitleids-Like dalassen und ein kostenloses Abo. Und die Glocke aktivieren. Und ich glaube, ich ziehe mich um und gehe mal in mein Noob-Outfit. Okay, Freunde, los geht's. Wir spielen jetzt erstmal eine ganz entspannte Runde. Beat was? Hm, spielen denn überhaupt, Leute, Beat was? Oh, guck mal da, bei den Trios. Da gehen wir direkt mal rein, Freunde. Ich habe richtig Lust, das sind jetzt auch Dreierteams. Vielleicht finde ich dann jemanden, der mit mir befreundet sein wird. Uh, wer ist denn die heiße Snitte hier? Nicht du, geh weg. Ich meine die da. Alex, oder wie heißt du hier? Phoenix X11, guck mal, wie süß wir zusammen sind. Gut, meine erste Freundin habe ich auch schon gefunden. Ich bin alleine im Team. Heiner will mit mir befreundet sein. Leute, ich gehe hier extra in Beat was Trios rein. Und dann bin ich einfach alleine in dem Team. Das kann doch nicht sein. Ich würde sagen, Team Orange und Team Violet. Wir müssen uns jetzt erstmal zusammentun, weil dann könnten wir alle zusammen ein bisschen Beat was spielen. So, erstmal Blöcke kaufen hier. So, boah, das dauert ganz so lange nicht so ein cooler Modus. Also, ich weiß nicht, woran das liegt, Leute. Aber hier dauert das irgendwie ein bisschen länger. Ich gucke immer diese YouTube-Videos normalerweise. Und da sind die immer alle viel schneller. Wow, wo kommst du denn auf einmal her? Wir hast nur so viele Blöcke zusammenbekommen hier. Aber den machen wir erstmal fertig, weil ich bin eine PvP-Massine. Warte. Oh, komm schon. Ja, komm, jetzt. Aber, hallo, wieso stirbt der nicht? Ich glaube, der... Jetzt bin ich auch noch runtergefallen, Mann. Ich glaube, der hat gehackt. Dann gehen wir jetzt in eine Squad-Runde, Leute. Damit ich ein bisschen Freunde finde. Jawohl, Freunde. Oh, der hat den gleichen Skin wie ich, der Admaster. Junge, wir sind beste Freunde vor... Äh, warte mal. Admaster, ich liebe dich. Cooler Skin. Junge, der hat einen richtig coolen Skin drin. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte gerade ist, ich gucke manchmal Beat Bar's bei diesen YouTubern. Und die haben immer die Blöcke so ganz schnell. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert, Leute. Ähm, wie man sieht, so kauft man normalerweise. Ich spiele halt auch Legit. Und, äh, ich glaube, die, ähm, die haken immer alle, die YouTuber. Weil die können immer direkt alle Blöcke haben. So, jetzt haben wir auch 40 Blöcke. Äh, was ist mit dir los? Wieso guckst du auf den Boden? Wieso bist du so traurig? Oder was? Wir... Wir sind doch Freunde. Alles gut. Alles gut, Junge. Hier. Nimm Blöcke. Bitte. Ja, äh, die gehen auf mich, aufs Haus. Kein Ding. Ja, bau das Bett mit mir ein. So, boah, kannst du schnell bauen auch noch, ey. Das ist ja richtig heftig. Also, anseitend habe ich schon mal Profis hier mit dem Team. Das kann ja nur gut werden. Guck mal, oh, wie schnell der auch unterwegs ist. Da ist auch der Admaster. Ich glaube, das ist ein besonders guter Spieler. Weil der ist immer ganz schnell unterwegs. Ähm, brauchst du noch mehr Blöcke? Hier. Da, Junge. Ah, ich schenke dir alle. Das macht man so unter Freunden. Komm, los geht's. Ja, los geht's. Jawohl. Oh, da kommt schon der Nächste. Der war schon in der Mitte. Ich glaube, der hat sich doch ein bisschen Gold geholt. Boah, der hat Rüstung schon. Da müssen wir ein bisschen... Warte, ich baue auch für dich. Pass auf. Ich bin ganz schnell im Bauen, okay? So. 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 Okay. So. Oh, das ist aber ein weiter Sprung. Ich weiß nicht, ob ich den auch saffe. Wie hat der das denn gemacht? Warte mal. Oh, das war ganz knapp. Oh, ich bin so gut in Mienekraft. Jawohl. Oh mein Gott, ich habe ein Profi-Team. Der hat einfach das Spat-Up gebaut. Los. Ja, weiter. Komm, ich helfe dir mal. Ich greife. Komm. Den kill ich jetzt auch, Junge. Ich bin auch Profi-Spealer. So. Und... Ah, der hat schon ein Schwert leider. Wie kriegt man dann ein Schwert in Bad Wars? Ich glaube, das geht eigentlich nicht. Weil normalerweise gibt es nur diesen Knockback-Stick. Äh, passt auf. Und zwar ist der... Ach, da gibt es auch Swerter. Oh, die sehen aber... Kann ich mir auch so eins kommen? Oh, das glitzert auch noch in Gold. Das ist aber besonders schön. So, packen wir das weg. Oh, eine Hose. Das ist gut. Leute, passt auf, wie stylisch ich jetzt aussehe. So. Und jetzt bin ich grün, wie mein Team. Oh, oh, der ist ein Gegner. Zack. 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 Oh. Jawohl. High-Five, Admaster. Wir haben ihn zusammen gekillt. High-Five. Komm, komm, komm her. Der Admaster will mir keinen High-Five geben, aber das ist auch okay. Ich meine, wir arbeiten trotzdem gut zusammen als Team. Ähm, was kann... Wir holen mal wieder Blöcke. Das kann ein bisschen dauern. 10, 12, 14... Oh, äh, 18 auf einmal? 28, 30, 32, 34... Boah, ich kann gar nicht zählen. 42, 44, 46, 48, 50. Das reicht. Oh, danke für das Bronze, mein Freund. Also, fange ich mal in die Kiste hier rein. So, Leute, das ist die beste Runde B-Wars, die ich je gespielt habe. Ich habe ein Profi-Team und ich bin bestimmt seit... Ich weiß nicht, zwei Minuten in der Runde. Und ich bin einfach noch nicht gestorben, Leute. Oh, ich habe aber ein bisschen Hunger. Mama, kannst du kochen für mich? War nur ein Spaß. War nur ein Spaß. Du brauchst nur Minecraft essen. Habe ich ein bisschen meine Mama geprankt auch noch hier. So, ich kann mir nämlich einfach einen Apfel... Nein, es ist doch gut, Mama. Ich esse nur einen Apfel. Alles gut. Ist nur ein Beet was. An diese komischen Leute, die nicht verstehen, dass es ein Minecraft ist. Okay, weiter geht's. Oh, ich sehe gerade. Der Admaster und ich sind die letzten beiden aus unserem Team. Aber das ist ja auch kein Ding. Ich meine... Hast du mal... Hier, unsere Skins gesehen. Die sind noch bald, du wunderhübst. Ich sehe aber gerade, der BMW... BMW steht da. BMW, BMW. Auf dem müssen wir ein bisschen aufpassen. Der hat auch einen guten Skin hier. So, ich brauche wieder essen. Mama! Nein, wieder ein Apfel. In Minekraft. Okay. So, genug meine Mama geprankt. Oh, da sind aber zwei gelbe. Das ist nicht mein Team. Ich bleibe einfach mal hier in der Ecke stehen. Dann finden die mich bestimmt nicht. Äh, ich se... Ah! Ah! Wo kommst du denn her? Oh nein, das kann doch nicht sein. Okay, Leute. Ich nehme alles zurück. Hier sind nur Noobs in diesen Runden. Wir gehen jetzt im Solo. Und dann werde ich hier alle mal richtig rasieren. So, los geht's hier. Dener werde ich als erstes fertig machen. Der denkt, der hat es getan, weil er... Warte, wo ist er hin? Jetzt ist er... Hä? Ah, der ist gelieft. Ich dachte ganz kurz, der ist ehrlich zum Stein geworden, weil ich hatte auch ein Stein-Skin. Aber dann wäre ich halt auch gelieft. Also irgendwas müssten ja hier die Gommelleute mal in ihrem Stop-System verbessern, weil das ist aber immer so lange hier die Blöcke zu kaufen. Wie kann denn so ein Bett weg sein? Ich habe noch nicht mal Blöcke genug hier. So, jetzt meinst du mal, das Bronx ist aber noch ganz kurz weg hier. Falls ich runterfalle, damit ich das gleich noch hier habe. So, und wo gehe ich denn jetzt rüber? Der MZ treibt da auch so ein Ria-Anfragezeichen. Wer ist das? Kenne ich nicht diesen Typen. Egal, wir gehen aber mal ganz kurz weiter hier. Vielleicht ist das einer von diesen hackenden YouTubern. Weiß ich nicht genau. Das bin ich jetzt nicht so der größte Fan von. Weil die sind immer immer... Die drohen immer immer den Beet-Fast-Bars mit den komischen Hacks und diesen Fast-Britgen. Oder wie das heißt. Das gefällt mir alles nicht. Deswegen müsst ihr auch alle mich abonnieren, Leute. Lasst ihr jetzt gerne mal ein Abo da, weil ich bin der einzig richtige YouTuber, der Legit spielt. Weil hier gibt es kein Fast-Britgen. Hier gibt es nichts. Ja, kein God-Britgen. Kein Mond-Wag, Mondlauf oder wie das auch immer heißt. Hier gibt es nur richtiges Legitis-Minecraft. Und da zeige ich euch mal, wie man hier richtig spielt. So, 20 Blöcke. Da kommt auch schon jemand rüber. Ich zeige euch jetzt, wie gut ich bin. Ich habe nämlich einen kleinen Trick gelernt, Leute. Passt auf. Wenn er jetzt... Trau dich. Komm, komm. Komm her. Ja, komm. Ja, komm. Bei Maurice. Jetzt. Junge, was soll das? Erstreib, komm. Okay, dann komm ich halt. Ich trau mich nicht, Leute. Ich trau mich nicht. Wieder einen Block schneller hinpacken. Warum baust du meinen Weg ab, Mann? Was soll... Nee. Ich möchte da... Nein. Was ist das denn für eine Falle, die er mir hier gestellt hat? Was? Hat der... Hat der... Hat der... Hat der Garmemodo an oder sowas? Ich weiß auch nicht. Auf einmal war der Block unter mir weg. Mann, nur auch in Solo hätten die alle. Das kann doch nicht sein, Leute. Oh, da muss ich aufpassen. Nicht, dass ich meine Kopfhörer kaputt mache. Dann kriege ich Ärger von meiner Mama. Aber gut, Leute. Das war es mit dem heutigen Video. Wenn ihr... Wenn es euch gefallen hat oder generell, Leute, lasst einfach mal gerne einen Daumen nach oben da. Denn ich bin der einzige Legitimine-Graft-Spealer. Seht ihr das? Wieder der Bauton. Da waren auf jeden Fall wieder die Hacks mit am Start. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Garmemodo anhatte, weil er hat mich einfach runtergekickt. Oder den Block unter mir. Der war einfach weg auf einmal. Aber ja, Freunde. Ich würde sagen, ähm... Was steht da? Rian hat viel mehr Abos verdient, finde ich. Also ich finde, dass ich viel mehr Abos verdient habe. Ich weiß nicht, wer dieser Rian ist. Aber ist ja auch egal jetzt. Leute, wir sehen uns morgen um 16 Uhr dann bei einem weiteren Video, würde ich wieder sagen. Tschüss. 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 Vielen Dank.